so ich habe immer nachgeguckt wahrscheinlich hätte ich die welt selber irgendwann 20 jahre lang umgelaufen wäre ich wahrscheinlich auch gefunden so das war die erste der andere zu der erste in dem fall eigentlich befindet sich hier so und der letzte befindet sich aber haben wir sogar schon aber da irgendwie übersehen findet sich hier jetzt schon jetzt wo weiß wo das guckt man auch in komischerweise und der charakterik vom museum aber die spezialmission da waren wir das gebiet auch das gebiet jetzt schon zu 100 prozent abgeschlossen aber spezial aufteil machen wir auch jetzt noch gleich hinterher dass wir den charakter hier einsamen so dann die mission hier noch mal machen was wird jetzt denn hier noch zwei charaktere ein fahrzeug 2 war okay für das alte stein auch und ob die namen okay sind dafür steine kenne ich gar nicht ich habe die bedienungsanleitung für die farbwaffe gelesen und ja erstmal musst du sie an einem farb wechsler auffüllen spitze allerdings sehe ich hier im kanal gerade kein entspann dich irgendwas sagt mir dass da unten irgendwo einer ist man benutzt einfach den farbcheat hoffentlich bekommt die polizeistation prozent bei einer reinigung ja den schlüssel nicht wissen wie dieser schlüssel in die kanalisation kommt wieso passt er genau hierfür dafür wüsste ich gerne wieso er in dieses schloss passt ja wie geht mir genauso chase diese rote schaltfläche sieht wirklich wichtig aus hey es hat geklappt aus diesen rohren müffelt es ja erbärmlich ja 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 ich kann ich mir nur vorstellen chase hau schickst du auf für was so geht's auch das ist dann wohl ein farb wechsler ja das ist ein farb wechsler es gibt ja kein freien spiel deswegen wiederholen sich die dialoge es gibt ja kein freiespiel dass sie wiederholen hat sich voll gelohnt warum habe ich nur nie rückenschwimmen gelernt guck mal an habe ich voll übersehen ok ich hatte ich wusste irgendwie zerstören aber so geht das auch machen jeden sinn warum die hier sind zumindest ach guck mal an ja da wird hier erstmal wahrscheinlich weiter nichts sein hoffe ich höchstens noch höchstens am anfang noch ok ja das hat sich somit quasi erledigt meine frage ja guck mal an intergalaktische heldin ok ich kann es dann habe ich aber zum anfang zurück so gehen wir ins innere des museums jetzt kein vor als ob das gestern gewesen wäre gefühlt auch wenn das kommt ja noch gar nicht ich hab was gefunden hat die augen nach roten farb wechsler auf alles klar rote farb wechsler wow dieser smaragd er soll der reinste smaragd der welt sein nicht so ein plumper klumpen wie die dinger die sich aus der blue bell mine bergen die sind zwar auch wertvoll aber kein vergleich wow das hat mir das jetzt hier gebracht mensch dann halt und du wirst also sterben ertrinken dann sauf doch ja du auch na los komm her ja oder so und die musik noch so ab na komm geh aus hat nichts gebracht egal aber was hat das hier gebracht keine ahnung aber ich geh mal hier nochmal raus und rein oder auch nicht zufälligerweise lag der wieder mit was zum wer versucht denn da eine luft matratze runter zu spüren ja hab ich schon eine Frage ich hätte aber das schon gemacht haben ok hat es ja nicht die musik hier ist auch noch was drin es ist ein gelber farbwechsler kein roter ich finde ich hier irgendwo noch einen roten brauchst du doch nicht ein tier da habe ich gar keinen fall schon gemacht mit gelb da wo ist dann die letzte ente dass sie viel größere fahre also achten zwar nicht wie ich habe erst mal b gedrückt ich sag das kann ich echt mal über das andere menü machen ich sag das glaube ich über das menü echt mal machen langsam blumentopf hier ok der bringt nichts zu verschilderungen anscheinend ich glaube dynamit drin ok ich wäre auch nicht da rein wie das immer ich habe euch ja nicht mehr hab den farbwechsler gefunden nachdem du die waffe mit roter farbe gefüllt hast kannst du durch das beschießen grüner felder elektrische anlagen ausschalten weißt du das hier erinnert mich ein bisschen an die zeit als ich noch brüche machte nur riskiere ich diesmal nicht direkt meinen hals ich lese jetzt mal weiter ok ein entchen fehlt uns noch hier ja wir trete steuerung das letzte endlein ist war ich mal wieder blind was auch natürlich sein kann also meistens der pfizer ist das ist irgendwie durch den bug nicht da was auch sein kann ich einfach bin ok ist hier oben noch ein entchen unten drinnen hier können noch ein entchen sein irgendwo unwahrscheinlich aber wer weiß ach doch da ist es doch ja ok gut aber jetzt alles schon wir uns wieder an charakter und ein ein fahrzeug ich kann es regelrecht spüren der riesensmann ist schon in der nähe und macht mich bald steinreich hast du schon ein heller an der hand nicht nötig das ist ein auftragsbruch für einen privatkäufer der das ding unbedingt will bau jetzt also ja keinen mist der letzte der mist gebaut hat ach es war eine große schande was ist passiert konnte ihn leider nicht mehr beschäftigen also haben wir ihn zu den fischen geschickt bitte ja er arbeitet jetzt als wächter im aquarium also bis später jetzt denkt er war gleich am mord und so ok wollen wir bei mafiosi auch denken jetzt sind wir mit der an zu kommen ist entschädigung auch nach warum da auch immer die damit liegt jetzt fehlt uns nur noch ein charakter ja keine ahnung wo der ist ich finde besser schnell den smaragd und verdufte dann von hier sonst erwischen sie mich noch hey chase hier steht dass die waffe noch ganz andere sachen kann mit ihr kann man auch dinge versilbern und wieso mache ich mir dann die arbeit eine bank auszurauben kein richtiges silbermann aber es reicht um oberflächen glänzen und spiegeln zu lassen eignet sich gut gegen laser strahlen kapisch ja das könnte hier ganz hilfreich sein gut füll sie mit silberner farbe wenn du einen wechsler findest und halt ausschau nach dem riesen smaragd ok meld dich wenn du da raus bist alles klar dann sieht man auch nicht diese laser strahlen ne unglaublich ich habe das gefühl ich habe das mit den safes irgendwie nicht gemacht warum auch immer ich habe irgendwie gerade so ein bisschen die mission verwechselt wie habe ich so gerade an die dings mission gedacht wie heißt er ja komm ich sag schon an die sumo und den tuex geklaut haben das skelette dann hat mich das gerade habe ich ihm gedacht er auch nicht ja logischerweise ist der da nicht drin chase ach Leute man könnte fast glauben die wollen nicht dass jemand den smaragd mitgehen lässt auch geht das mit dem safes was erscheint nicht ja guck mal hier rechts ist noch ein ah ok ne das gehört dazu anscheinend wo steckt der charakter wo steckt der charakter hm 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 ist hier noch was in dem raum außer gold hm 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 ist doch schon wieder hier also sogar kacke sagen da drin nicht ist oder kam da noch was ich werde kurz angerufen muss kurz pause machen okay wer auch immer du bist du brichst das gesetz ich denke das wissen die schon fehlen das war es dann wohl mit unentdeckt bleiben da kommt doch wohl noch was hoffe jetzt mal einfach okay gut da kam noch was gut wo ich da schön sind gucken haben verkackt schon wieder also ich ja ich bin dabei eine zahl vielleicht teil einer kombination hat das brauchen wir glaube ich nicht das war erst wir gucken uns erst mal um so papa können wir auf jeden fall machen schon also brauchen wir eigentlich noch nicht besser ich hasse warte schlangen werden nicht schade sagt man doch damals bestimmt noch nicht wir haben ja gerade erst die farbe ja glaube ich nicht dass wir schon hatten ich weiß jetzt welche spitze auftrag dass sie ist welche nummer taucht der charakter einfach auf das wäre nice also ein teleporter okay 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 oder vorschussgebiet das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor vor fahrstuhl ach ja und die charaktere kommen wir da rein und müssen die statue um einiges farbenfroher aus aha so aber auch den charakter ja und damit haben wir jetzt wirklich das zentrum 100 prozent abgeschlossen aber warum ist hier noch was drin was warum kann ich hier noch so viel machen also das ist für den fahrwechsel das öffnet den anderen fahrstuhl okay hm hab ich genug steine für den superbau habe? hm könnte hinkommen ja was bringt mir denn das? ich hab doch eigentlich alles ja eigentlich nee das nee raus jetzt hier haha oder hat es noch eine marke gekriegt okay gut boah ich würde sagen so blind kann ich auch laut nicht immer sein nee so und der spieß gecrashed haha egal wir haben das heavy abgeschlossen und so wird das zentrum zu 100% abgeschlossen so ich bedanke mich dafür dass ihr zugesehen habt oder auch nicht wir sehen uns beim nächsten mal es wieder heißt lego cd undercover bis dann und ciao eins gar im lo is no ist das ist gar